Jo Leute was geht da? Willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und freut mich natürlich dass du wieder eingeschaltet hast ja zu Gast habe ich hier Seko wir sind gerade im Auto wir werden heute fett einkaufen gehen und ja ich freue mich schon darauf war auf jeden Fall also es ist gerade 17 Uhr wir haben noch vor ein paar Videos gedreht mit Gian und jetzt gehen wir ein bisschen shoppen ein bisschen Kaffee trinken und Jungs falls ihr verpasst habt checkt mal auf meinen Kanal ab wir haben ein Video gedreht da und ganz zum Schluss haben wir eine Wette gemacht wir hatten also das haben wir nicht aufgenommen wir haben ein Füße gemacht und er hat verdaut er muss danach Essen spendieren ja Leute ich muss heute Essen spendieren Portemonnaie ruft und ja Freunde wir sehen uns gleich ja Leute was geht wir sind jetzt auf dem Weg es regnet langsam vor 15 20 Minuten schien die Sonne übertrieben und wir sind hier bei 11 Team Spots Berlin ja wir werden jetzt fett einkaufen auf jeden Fall bevor wir hier beim Regen ja man es regnet unglaublich also gleich also wir sind richtig prünktig komm wir gehen jetzt mal rein wir checken mal ein paar Klamotten ab seid dabei und die Daumen nach oben bis gleich Messiii 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 Kelle da haben auf jeden Fall sehr viel einzukaufen also du kannst glaube ich von jeder Sorting das hier 100 Sekunden auf jeden Fall also wir haben ja schon ein paar Sachen gekriegt ja wir warten mal erstmal ein bisschen gucken und wir nehmen euch gleich mal mit Jan wir gucken mal erstmal dran machen weiter dran bis gleich jo Leute was gehts ich hab mir jetzt einige Klamotten hier ausgesucht schreibt unten in die Kommentare wie ihr die Klamotten findet ja ich zieh die meins ab das sieht auf jeden Fall nice aus die Sachen und wir müssen mal jetzt weiter gucken auf jeden Fall jo bis gleich so Freunde auf jeden Fall er sucht immer noch und jetzt meinte ich mach sie mich nehmen jetzt mal die Kamera und film mal ein bisschen so ein paar Sachen habt ihr schon so ausgesucht nice nice seht ihr hier ist auf jeden Fall schön schön auf jeden Fall schick aus hat es eigentlich geil hier er wollte eigentlich nicht ich zeig euch mal das ist hier oben ne das ist jetzt überwicht aber so okay ich ich genau und sieht auf jeden Fall nice aus und darfst du ein bisschen ruhig ja wir müssen die ruhig bestellen nimm mal nochmal ich hab jetzt was gefunden ich hab jetzt was gefunden ist gut aus bis gleich so Freunde wir sind jetzt endlich mal raus seko musst du die Kamera halten weil meine Hände sind wirklich voll ja zuhause zeigen wir auch auf jeden Fall genau wir machen so ein Pack Opening mit dem was wir so gekauft haben Pack Opening über Kleider und Schuhe und so auf jeden Fall Dankeschön ne an Eleven Team Sports Valley genau ja und in der Videobeschreibung ist alles verlinkt checkt auf jeden Fall da ab alles und ja auf jeden Fall wir haben krass Hunger ne wir werden mal was essen wir haben nichts gegessen heute wirklich nichts wir haben wirklich gar nichts gegessen ich hab so einen Hunger es ist gerade 20 Uhr wie ein Bär 20 Uhr einfach ich hab noch nichts gegessen wir gehen nach Hause ich koche diesmal eigentlich muss ja was er schuldet mir Hähnchen eigentlich ja es ist was passiert aber scheiß drauf Leute ja wie gesagt wir gehen jetzt zuhause und gehen mal schön futtern und danach machen wir so ein Pack Opening was wir so eingekauft haben und bis gleich Ciao so Leute jetzt sind wir endlich zuhause es ist jetzt keine Ahnung 21 Uhr wir haben wirklich lange gebraucht und schaut euch mal den Stapel hier an da sind hier auch noch Sachen wir haben auch Schuhe gekauft ich zeig euch mal die Klamotten auf jeden Fall hier hab ich ne beige Joggenhose von Adidas ich find die Sachen wirklich die haben hier alle gestanden ich hatte gar keine Größenprobleme war alles Bombe ja hier hab ich nochmal T-Shirt von Adidas alles das fand ich richtig geil ich hab das bei gar keinem gesehen das hab ich irgendwie gefeiert so ein Weinrot ist das alle nach dem anderen Top-Sachen die find ich auch schon mega geil muss ich sagen auch Adidas ich hab mich versucht gut zu bedienen ja hier so ein T-Shirt in Grau und jetzt hab ich richtig geile Schuhe holt Leute schaut euch mal das an die Ultraboost hier in weiß die sehen böse aus Freunde muss ich ehrlich sein ich zeig mir auch mal hier also auf jeden Fall sind die heftig er hat die ganze Zeit gefragt ey Siko was soll ich holen schwarz oder weiß da wir halt bald jetzt verreisen ich meinte weiß weißt du ganz ok ja hier haben wir noch Schuhe auch von Adidas die sehen auch richtig geil aus so Grau grau mäßig kann man nochmal hier zeigen also so sehen die aus so ist schon alles nice auf jeden Fall was sagst du ja fett eingekauft ja auf jeden Fall hat's wirklich richtig Bock gemacht die Klamotten auszusuchen alles anprobieren bis nach Hause zu fahren und jetzt wird gleich gekocht mit Seko ja Freunde das war's zu dem Video falls ihr natürlich weitere Vlogs auf meinem Kanal sehen wollt schreibt es unten in die Kommentare und ich hoffe dass das Video euch gefallen hat wenn ja Daumen nach oben und ja wir sehen uns dann wir sehen uns im nächsten Video Ciao